Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wetter verändern zu können, war schon jeher Wunsch der Menschheit. Einige führen Regentänzer auf, andere beten und andere versuchen 0,04 Prozent unserer Atmosphäre zu verändern. Denn aktuell besteht unsere Atmosphäre zu etwa 0,04 Prozent aus CO2. Und die anderen Parteien sagen, wenn wir in Deutschland kein CO2 mehr emittieren, dann kann Deutschland damit das Wetter der ganzen Welt verändern. Dabei gab es mal über Jahrhunderte einen Konsens unter den Wissenschaftlern, dass es sinnvoller ist, sich als Mensch an das Wetter anzupassen, statt zu versuchen, das Wetter zu verändern. Und so bauten Menschen wetterfeste Behausungen und Dämme, um sich vor dem Wasser zu schützen. Man installierte Blitzerbleiter, statt zu versuchen, das Gewitter zu verhindern. Sie aber wollen aus Deutschland, aus NRW, die ganze Welt, das Wetter der gesamten Welt verändern. Dabei ignorieren sie beständig, dass Deutschland gar nicht die Weltherrschaft inne hat. Sie ignorieren beständig, dass es einen EU-weiten Zertifikatehandel gibt, der alle Erfolge im Energiesektor aufrisst. Sie ignorieren beständig, dass Deutschland seine Unternehmer nicht davon abhalten kann, einfach die Fabrik im Ausland wieder entsprechend zu installieren und abzuwandern. Sie ignorieren beständig, dass es viele Menschen gibt, die von dem Klimawandel profitieren. Wenn es wärmer wird, brauchen wir weniger Brennstoff zum Heizen. Wenn mehr Häfen im Winter eisfrei sind, erschließt das neue Handelswege und schont Ressourcen. Wenn mehr CO2 in der Atmosphäre ist, dann werden Pflanzen besser wachsen können, ein Nahrungsmittel gewinnen. All diese Chancen des Klimawandels ignorieren sie. Stattdessen schauen sie nur auf die Risiken. Sie erzeugen Angst bei der Bevölkerung. Und mit dem Erzeugen von Angst werden seit jeher Entscheidungen und Zwangsmaßnahmen gegen den eigentlichen Willen der Menschheit durchgesetzt. Und jeder, der sich gegen die Angstkampagne der Regierung stellt, wird dafür nicht etwa belohnt, sondern entsprechend diffamiert. Da werden renommierte Wissenschaftler, die eine andere Meinung haben, vom Umweltbundesamt als sogenannte Klimaleugner diffamiert. Es ist zu befürchten auch, dass der Zwang auf die Menschen weiter erhöht wird, dass weiter Grundrechte abgebaut werden. Alles für die große Transformation. Alles für den totalen Klimaschutz. Denn die Covid-19-Maßnahmen haben anscheinend viele Politiker auf den Geschmack gebracht. Und so ist zu befürchten, dass nach dem Corona-Lockdown jetzt der Klima-Lockdown kommen wird. Die Strommenge wird begrenzt, zum Beispiel über das Abschalten von Verbrauchern. Das Reisen wird eingeschränkt. Der Bau von Eigenheimen wird eingeschränkt. Alles bereits Programm der Grünen. Und Robert Habeck sagt klar, eine Rückkehr zur alten Normalität sei, Zitat, kein wünschenswerter Zustand. Aber dieses Gedankengut findet sich nicht nur bei den Grünen. So schrieb Karl Lauterbach von der SPD in der Welt. Ich zitiere, somit benötigen wir Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemiebekämpfung sind. Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Und auch das Weltwirtschaftsforum, wo Frau Merkel und Frau Wunderlein gern gesehene Gäste sind, feiert den Lockdown und twittert dazu. Im Stillen verbessern Lockdowns Städte auf der ganzen Welt. Lockdown wirklich als Segen für die Menschheit, der Kollege von der SPD? Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir machen solche Aussagen Angst. Und auch das Klimaschutzgesetz macht den mündigen Bürgern Angst. Angst aber macht auch die 180-Grad-Wende von einem CDU-Politiker wie Herrn Minister Henrik Wüst, der noch 2012 folgenden Satz zum damaligen Klimaschutzgesetz äußerte. Ich zitiere, dieses Gesetz gibt alle Werkzeuge dafür in die Hand, die Axt an den Industriestandort und Energiestandort Nordrhein-Westfalen zu legen. Diesen Worten schließen wir uns an. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lohse. Vielen Dank.